War das von Anfang an klar? Von Woche zu Woche hat Profitänzer Valentin mit Model Anna Ermakova bei Let's Dance abgeliefert. Und wie Standing Ovations in jeder Show, eine Jury, die zunehmend nach Worten sucht und am Ende gibt's als Kirsche auf die Torte noch den Titel Dancing Star 2023 samt Pokal obendrauf. Jetzt verrät Valentin uns endlich, was er gedacht hat, als er zum allerersten Mal mit Anna getanzt hat. Für Anna Ermakova und Valentin Lusin schließt sich bei Let's Dance ein Kreis. Es ist einfach eine rundumrunde Sache. Mit dem großen Finale und ihrem furiosen Sieg bei Let's Dance schließt sich für Anna Ermakova 23 und Valentin Lusin 36 ein Kreis. Denn am Anfang und am Ende ihrer so besonderen Reise steht jeweils auch ein langsamer Walzer. Schon in der Kennenlernshow tanzt sich die 23-Jährige damit in alle Herzen. Von der Jury gibt 23 Punkte, von den Zuschauern ein Direktticket in die nächste Runde. So beginnt eine Tanzgeschichte voller Emotionen und Rekorde, wie es sie in 15 Staffeln, Let's Dance, noch nie gab. Und sie führt die beiden bis ganz nach oben. War das tatsächlich vorauszusehen? Let's Dance Profitenzer Valentin Lusin. Du weißt nie, wie das läuft. Profitenzer Valentin Lusin weiß, in einer Live-Show wie Let's Dance ist alles möglich und nichts sicher. Man müsse von Woche zu Woche denken. Das habe er ihr immer wieder eingebläut, verrät er jetzt im Talk mit RTL. Du weißt nie, wie das läuft. Wir haben nur eine Chance. Auf seine ersten Gedanken zu Anna angebrochen, verrät er uns aber auch, dass er schon beim ersten gemeinsamen Tanz ihr großes Talent gesehen hat. Wer Anna bekommt, der wird es relativ weit schaffen, das, so Valentin, habe er sehr schnell gewusst. Umso schöner für ihn, dass er der Glückliche war und somit nun endlich auch seinen eigenen, Dancing-Star, Pokal neben den seiner Frau Renata stellen kann. Nach dem Let's Dance Finale ist vor der Profi-Challenge.